Guten Morgen ihr lieben Knödels, der Papa hat sich aus dem Bett gerollt, es ist Samstag früh um 8. Der 3. Februar, ganz wichtiges Datum. Warum sage ich das Datum? Es gibt jetzt ein begrenztes Angebot. Lieber Kumpel der Andi, AS Craft, verlinke ich euch unten mal den Kanal, den Insta-Kanal, geiler Typ, guter Freund von mir. Wenn du ein Penner bist, so, Freunde untereinander, Grüße gehen raus mein Lieber, hat mir eine Anzeige zukommen lassen und zwar vom Lidl. Da gibt es ab Montag, den 5. bis zum 10. Februar, den Lidl-Dumper, den ich auch habe, den PDU 300 oder wie der heißt, ich blende den mal hier oben ein. Da habe ich auch mehrere Videos drüber gemacht, ich werde euch das Fazit-Video unten verlinken, gibt es zu einem unschlagbaren, absoluten Hammerpreis. Ich kriege für das Video nichts, Lidl weiß nicht, dass ich das mache, ich wusste bis vor 20 Minuten auch nicht, dass ich das Video mache, so spontan ist das. Ich bin sehr zufrieden mit dem Teil, ich habe mich damals schon gefreut wie ein Esel, dass ich den für 1100 Euro gekriegt habe statt 1400 und der macht seinen Dienst bei mir einwandfrei. Und jetzt hat Lidl beschlossen, wir schmeißen das Ding raus für 799 Euro. Also an alle Leute, die eine große Baustelle zu Hause haben, die irgendwie ihren Garten umbauen oder sonst irgendwas, da ist es tatsächlich eine Überlegung wert, sich so ein Ding anzuschaffen, weil man kann sich im Leben auch quälen. Denn ich habe Kommentare gehabt, ja, du weich, ich mache das mit der Schubkarre, du bist kein richtiger Kerl. Ja, Alter, wenn du mit 50 nachher mal ein Bandscheibenvorfall da liegen willst, Werkzeug ist da, um benutzt zu werden, gutes Werkzeug ist da, um arbeitsschnell und effektiv zu machen. Und am Ende des Tages bin ich mir sogar relativ sicher, wenn ihr den Damper nachher nach der Baustelle irgendwann verkauft, dann kriegt ihr die Kohle auch wieder raus. Weil billiger kriegt ihr keinen Damper, kriegt ihr wirklich nicht. Ich habe das ja alles ein bisschen im Auge, weil ich mich dafür interessiere. Und für 799 Euro kriegst du genau, ich habe nachgeguckt, einen Scheiß. So, also, da kommen noch 30 Euro Fracht drauf irgendwie oder sowas, wenn ich das richtig gelesen habe, oder 35, nagel ich mich da jetzt wegen 5 Euro nicht drauf fest. Aber ich bin der Festüberzeugung, das Ding ist jeden Cent wert. Der wird, das ist normalerweise der Baugleiche wie der Scheppach und die ganzen anderen günstigen Damper, das ist im Prinzip alles das gleiche Zeug. Das ist auch das gleiche Raupenfahrwerk oder das gleiche Radfahrwerk mit den Bremsen drin, mit denen der gelenkt wird. Vier Gang vorwärts, ne, drei Gänge vorwärts, einen Gang rückwärts, 300 Kilo Kapazität, manuelle Mulde zum Abkippen, bla bla blub. Das seht ihr dann auch alles in dem anderen Video. Aber das ist ein reines Infovideo, das ich heute Morgen rausschmeiße, damit ihr das einfach nicht verpasst. Weil für die Knete werdet ihr nichts mehr kriegen. Ich kriege da nichts von Lidl für, ich bin nicht gesponsert, ich werde da nicht bezahlt dafür. Wenn ihr natürlich mal so ein Fingerchen frei habt oder sowas, drückt bei mir auf Abonnieren, würde ich mich sehr freuen. Dann könnt ihr meinen restlichen Klamauk auch noch gucken. Aber ansonsten ist es nur eine reine Info für euch, damit ihr ein bisschen Knete spart und euch das Leben einfacher macht. Also ich würde das Ding nicht mehr missen wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verlinke euch alle Infos da unten dazu. Ich gucke mal, ob ich den Link vom Prospekt da unten irgendwie reinkriege. Wie gesagt, ab Montag im Online-Shop, könnt ihr auch selber gucken. Und die Fazit-Videos von mir, damit ihr seht, was das Ding in Action macht oder was der kann und so weiter und so weiter, verlinke ich euch unten natürlich auch. So, jetzt trinke ich meinen Kaffee fertig, lege mich wieder aufs Sofa und mache das, was ich am besten kann. Aussehen wie Alf ohne Haare und Fernsehglotzen. Einen schönen Samstag noch, ihr Lieben.